Wir gehen einfach mal hin. Jetzt wird hier noch kurz gequatscht. Eher nicht? Ja, sorry. So. Ach, guck mal. Mensch. Damit hat keiner gerechnet so richtig, oder? Wahrscheinlich eher am wenigsten, ne? Also ich wusste, dass Quickstep nicht mein Tanz ist. Es ist sehr schade, dass es vorbei ist. Für mich war es eine supertolle Reise. Und ich hätte gerne weiter getanzt. Aber jetzt drücke ich allen die Daumen. Und natürlich fand ich es mal traurig. Aber... Curaçao oder so, mal gucken. Aber wahrscheinlich, ihr wart jetzt ja auch gar nicht die Schlechtesten. Das war jetzt tatsächlich wirklich überraschend, oder? Ja, man ist, glaube ich, ich glaube, man rechnet nie damit, dass man rausfliegt, so. Man hat halt ein bisschen Angst, oder so. Diesmal hatte ich wirklich ein bisschen Angst davor, weil das... Weil ich habe gemerkt, selber im Tanks gemerkt, dass es nicht mein Tanz war, so. Und es war sehr schade, dass es heute nicht so geklappt hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Deswegen war ich dann halt oben so ein bisschen am Zittern. Und dann... Eigentlich? ...so ein bisschen mit in den Live-Stream kommen. Hier fließen ganz viele Tränen. Ja, das ist gut. Also dann, das rote Licht kam, wenn man sie so nicht mal hat, Wie ich noch nicht wie ein Typ. Aber ich habe mich noch nicht gesehen, Ich habe keine Angst. Aber ich habe das Gefühl, Wenn ich noch nicht, dass es nicht mehr so gut ist, dass ich nicht mehr so gut bin, wie es nicht mehr gut bin. Das ist nicht mehr so gut da. Aber ich habe mir durch. Aber ich habe nur so gut gehalten, wenn es das Gefühl hat, Und bei mir ist es, geht es nicht mehr so gut, aber wir... weil ich da uns ganz gut... Dann danken wir euch, wünschen euch alles Gute und wir sehen uns ja dann im Finale wieder. Macht's gut, ciao.